Ja, herzlich willkommen mal von unserer Seite. Das ist wahrscheinlich der einzige Frostcon Vortrag, der wirklich im richtigen Saal stattfindet. Wir gehören zu einem sehr kleinen Team an Frostcon Orga Team Leuten, die heute wirklich in der Hochschule sind und gestern auch schon. Und wir wollten uns den Spaß nicht nehmen, dann wenigstens im richtigen Saal zu sein. Ja, ich bin Rikus, wie Hightower uns schon netterweise angekündigt hat. In meinem Leben außerhalb der Frostcon und außerhalb der IT promoviere ich an der AWTH Aachen. Bin eigentlich gar nicht so sehr ein Softwareentwickler. Wollte das aber immer mal so ein bisschen, irgendwie mal ein größeres Projekt machen. Und irgendwie war ich immer ganz interessiert daran, dass es irgendwelche Heimautomatisierung zu machen. Und so bin ich dazu gekommen. Ich glaube, Daniel, erfülle ich dir jetzt noch ein bisschen was dazu? Ja, ich bin Daniel, Hightower hat auch gerade hallo gesagt. Und ja, ich bin im Gegensatz zum Rikus und Softwareentwickler. Ich habe auch in Aachen studiert, arbeite halt jetzt bei einer Firma und mache irgendwie Dinge in Fotografie- und Bildverarbeitungsbereich. Und ja, weiß ich nicht, an Geräten basteln hat irgendwie schon immer Spaß gemacht. Und ja, Softwareprojekte, bei denen man auch was anfassen kann, sind halt irgendwie nochmal extra cool. Und ja, wir haben ein bisschen was gemacht und stellen das jetzt mal vor. Genau, also wir präsentieren, zeigen, berichten über Home-Control. Das ist halt ein, ja, im Vortragstitel stand was von No-Cloud-IoT. Also gibt es halt irgendwie um das T in IoT, nämlich um Things. Und nur Things alleine sind irgendwie blöd. Man will die vielleicht auch irgendwie ein bisschen fernsteuern. Also gibt es ein Web-Content. Und das alles immer von Hand zu machen, ist auch doof. Also gibt es noch ein Regelsystem dazu. Ja, aber wie ging es denn los? Also ich hatte im Wohnheim noch, im Studentenwohnheim, eine Kaffeemaschine. Das ist ja diese hier, ist ein inklusives Wohnheim. Das ist ja alles abzubilden. Die stand in der Küche und ich hatte das immer total geärgert, dass diese Maschine, ich weiß, dass zwei, drei Minuten zum Booten gebraucht hat. Derzeit hätte ich ja ins Bad gehen können oder so. Aber dafür hätte ich dann einmal in die Küche laufen müssen, quasi wieder zurück, weil das Bad war gegenüber. Und ich wollte immer, dass ich die Kaffeemaschine quasi vom Handy aus anschalten kann. Hätte man zum Beispiel auch machen können, wenn man gerade an der Bushaltestelle angekommen, schon mal die Kaffeemaschine anmachen. Kaffee ist sowieso was ganz Wichtiges im Studium. Und ursprünglich habe ich das dann so mit Funksteckdosen realisiert und hatte dann die Fernbedienung für die Funksteckdose auf meinem Nachttisch liegen. Hatte den Nachteil, also Vorteil, ich konnte das erledigen, was ich machen wollte, außer von, was ich von der Bushaltestelle aus. Aber Nachteil war, wenn ich dann in der Küche war, um mir einen Kaffee zu machen, musste ich dann leider in mein Schlafzimmer gehen, um die Kaffeemaschine einzuschalten. Genau, und meine ersten Gehversuche damit waren irgendwie dieser Raumteiler. Weil, ja, der war da halt und irgendwie nur so eine weiße Wand ist blöd. Also habe ich mir gedacht, ich baue da mal was Lampenartiges ein. Und, keine Ahnung, erkennt man auf dem Video wahrscheinlich nicht, da ist rechts so ein kleiner schwarzer Kasten. Da war halt irgendwie so ein Drehknopf dran, konnte man irgendwie anmachen, ausmachen, heller machen, dunkler machen, Farbe ändern, was weiß ich. Aber jedes Mal dahinlaufen, war halt blöd. Und, ja, dann mussten wir irgendwie mal gucken, was gibt es denn da und was machen wir denn? Ja, wir haben uns halt so ein bisschen überlegt, okay, wenn wir jetzt irgendwie anfangen, uns so IoT-Dinge anzugucken, was wollen wir denn da eigentlich? Wir haben uns halt überlegt, wir wollen, dass die Things als solche dumm sind, dass man sie auf jeden Fall lokal steuern kann, dass sie offline fähig sind, das heißt sowohl ohne Internet als auch ohne Netzwerk. und wir wollten halt, dass das Smart eher aus dem Backend kommt, also, ich dachte, du bist raus, ja, Spiegelverdammt. Genau, dass das Smart halt vom Backend kommt, also, dass das nicht, nicht lokal auf dem Gerät Smart ist. Ja, und dann haben wir uns noch so ein bisschen überlegt, ja, wir hätten eigentlich gerne, ja, wie gesagt, muss irgendwie, soll offline sein und insbesondere halt auch irgendwie keine China, US, irgendwo was klaut, sondern so lokal selber gehostet für einen selber. Voll open source sein, weil, weiß ich nicht, fertige Dinge sind irgendwie immer nie so, wie man es will. Dran rumhacken passiert eigentlich bei den meisten Dingen. Und, ja, zu dem Zeitpunkt, also, war es halt irgendwie, wir wollten, dass das Raspberry Pi kompatibel ist, also, zu dem Zeitpunkt ein Raspberry Pi 1, dass das da halt irgendwie sinnvoll drauf laufen soll. Ja, dann hatten wir auch mal einen Verwendungszweck für den Raspberry Pi, der seit, was weiß ich, vielen Jahren zu der Zeit, wo ich schon in der Pumpschublade lag und erste Gehversuche mit, was weiß ich, Smart und Raspberry Pi hatten wir auch schon mal gemacht, aber das war irgendwie alles überfummelig. Ja, ich hatte irgendwie so Temperatursensoren bei mir in der Wohnung, und dann ging irgendwie Kabel vorm Wohnzimmer mit aufgeklebten Kabelkanal durch den Flur in die Küche und, also, war praktisch, aber ein furchtbarer Aufwand. Ja, dann haben wir uns, also, wie haben wir das umgesetzt? Es war ein Hobbyprojekt, ganz klar, also, das ist, oder, zu jedem Zeitpunkt ein Hobbyprojekt. Es ist, was dabei rumgekommen ist, Home Control ist ein Baukasten für IoT-Lösungen. Wir würden ganz klar sagen, für Programmierefahrung, fahren, ne, denn, also, ohne Programmierefahrung wird es relativ schwierig, das voll auszunutzen, sagen wir das so. Es ist keine Fertiglösung, also, man muss immer ein bisschen basteln, also, sei es an irgendwelchen Things, an Regeln, oder auch ein bisschen, vielleicht funktioniert es dann doch nicht bei dem einen oder anderen auf Anhieb, weil wir irgendwelche Special Cases nicht bedacht haben. Ähm, und wir hatten uns überlegt, also, wir hatten da auch ursprünglich andere Überlegungen, dass man Regeln sandboxt, aber da haben wir uns auch relativ zügig dagegen entschieden, weil irgendwie, zu was, ja, klar, das könnte ein Security-Problem sein, aber es ist ja eh bei uns zu Hause für unsere Sachen zuständig, und, wie gesagt, ja, schon Programmierefahrer, die wissen in der Regel, was sie wollen, und man ist halt viel, viel, viel flexibler, auch in Funktionalität zu ergänzen. Das heißt, sämtliche Regeln, die irgendwie, das heißt ich, dass das Licht smart steuern, sollten auch in Python geschrieben werden. Oder, wer kann man in Python schreiben? Genau, und dann halt so ein bisschen, okay, warum eigentlich, oder wie eigentlich, es gibt dann irgendwie diese ESP-Module, genau, halt das mal hin. Genau, also, da ist da oben die Kamera, genau. Genau, hier ist so ein ESP-Module, wir haben auch gleich irgendwie noch Fotos von, da sieht man das vielleicht besser als irgendwie der Kamera. Aber, ja, wir wollten uns halt so ein bisschen damit mal beschäftigen, und dann haben wir ein bisschen was gebaut, und dann, ja, sowohl bei der Kaffeemaschine als auch bei der Lampe, immer hinlaufen ist blöd, also braucht man irgendein Webinterface. Ja, und dann gab es halt irgendwie Sensoren, die aufgetaucht sind. Ich hatte halt vorher schon so Temperatursensoren, und dann gab es irgendwie noch was für Luftdruck und Luftbeuchtigkeit und was nicht. Die will man auch irgendwie vielleicht so ein bisschen Data-Logging betreiben, so ein, ja, wie warm war es denn, keine Ahnung, letzte Woche oder gestern oder sowas, also einfach mal zu gucken, oder wie sieht so eine Kurve aus, was passiert denn da eigentlich? Wann ist der richtige Moment, um zu lüften? Genau, wann ist der richtige Moment zum Lüften? Lohnt sich das noch oder lasse ich das besser zu? Genau, und ja, eigentlich auch, weil es Spaß macht, sowas zu tun, also einfach mit Dingen spielen, Interaktion von Systemen. Genau, und ja, dieses Slide, warum eigentlich nicht, Punkt, Punkt, Punkt. Wir haben das Ganze 2015 angefangen, und ich meine, wir haben halt nicht auf der grünen Wiese gestartet, es gab schon irgendwelche Dinge, wir haben uns auch welche angeguckt. Gut, hier jetzt mal drei Dinge, die so mittlerweile irgendwie etabliert sind, für so mehr oder weniger Selbstbau, Eigenbau, DIY, IoT-Dinge, irgendwie OpenHub. Das ist so eine Java-basierte Software, die haben wir uns angeguckt. Und diese LEDs, die wir damals hatten, die hatten irgendwie, wir hatten es halt irgendein Format überlegt, man schickt so ein paar Beides an so ein Socket und dann funktioniert das. Und dieses OpenHub, das hatte zu dem Zeitpunkt so eine Embedded-Skript-Sprache irgendwie in Java geschrieben und wir haben das halt den ganzen Nachmittag nicht hingekriegt, aus diesem Wert, der dann eine Farbe ist, so Weiz zu machen. Und das war insgesamt irgendwie relativ klobig und sperrig und, wie gesagt, sollte halt irgendwie auf einem Raspberry Pi funktionieren, Performance war gar nicht so toll. Also war das in der Hand, das wird dann wohl nichts damit. Ja, das Web-Interface, was das bereitgestellt hat, das erinnerte irgendwie mehr an iOS-Apps. Das war auch irgendwie nicht das, was uns jetzt geschmacklich zusagte. Genau. Dann haben wir uns Node-Red angeguckt, oder ich habe mir Node-Red angeguckt. Das ist halt so ein Ding, mit dem man irgendwie so Datenfluss basiert, seine Nachrichten, die irgendwo rein und raus kommen, verarbeiten und modifizieren kann. Und ja, das war zu dem Zeitpunkt, ich glaube, irgendwie so in der Version 0.11 oder sowas. Die hatten gerade diesen Knoten-Editor überarbeitet. Das Ding war nicht zuverlässig zu dem Zeitpunkt. Und auch irgendwie, die sind irgendwie davon ausgegangen, dass das auf einem normalen Rechner läuft und nicht auf so einem kleinen Raspberry Pi. Zu dem Zeitpunkt noch, ich glaube, 200 Megabyte RAM oder was. Das hat halt auch irgendwie nicht so richtig performt. Und ja, dann gibt es irgendwie noch, machen auch mittlerweile viele Home Assistant. Das gab es damals auch schon. Wir wussten bloß nicht davon. Ich glaube, das war eine verhältnismäßig unbekannt. Genau. Dann gibt es natürlich irgendwie so, ich sage mal, so ein paar etablierte, in Anführungsstrichen, ja, ich weiß nicht, ob Industrieprodukte ein guter Begriff ist, aber so fertige Produkte. Ja, irgendwie KNX ist irgendwie, also es gibt wohl mittlerweile auch Dinge mit irgendwie Bifi und Funk und überhaupt, aber zu dem Zeitpunkt war das primär ein, leg halt Twisted Pair in die Wand und also das irgendwie in so einer Wohnung, wo man wohnt oder in so einem Wohnheim, gar nicht so eine gute Idee, da irgendwie Bänder aufzumachen. Da gibt es irgendwie noch Zigbee, da müsste man die Wände nicht aufmachen, weil es Funk. Und dann gibt es irgendwie auch noch Z-Ref, das ist so ähnlich. Die haben halt allerdings auch drei das Problem irgendwie, die sind halt dafür gedacht, ja, ich baue, kaufe, wie auch immer jetzt hier so ein Haus und habe halt irgendwie Geld dafür. Und wir waren halt so Studenten, die irgendwo wohnen, die nicht so das Geld dafür hatten, weil diese Dinge sind halt, also das Zigbee-Zeug ist mittlerweile tatsächlich erschwinglich. Also es gibt ja auch von Ikea, Trotfrey, diese Atom-Dinge, die sind halt auch, die benutzen Zigbee. Das gibt es mittlerweile echt in Bezahlwort auch im USB-Dongle für 30 Euro oder sowas, aber zu dem Zeitpunkt war das alles irgendwie teuer. Genau, für keine X-Bomb und teure Lizenzen allein für die Software, um das einzurichten. Ja, gut. Jetzt, vorhin hat man auf dem Slide auch diesen ESP 8266 schon mal drauf. Ja, das ist halt irgendwie das Ding, was es uns dann möglich gemacht hat, was zu basteln. Das ist irgendwie so ein kleiner Mikrocontroller. Man sieht ihn hier auf diesem Entwicklungsmodul. Das ist die silberne Kanne, unten links. Das ist halt so ein kleiner Mikrocontroller, hat Wi-Fi drin, hat hinreichend viel Flash und RAM und genug Pinne. Hier dran angeschlossen sieht man jetzt hier und wir haben auch prinzipiell einen mit, aber ich glaube nicht, dass man das gut sieht, so ein Sensor. Und ja, das Ding hat es halt irgendwie möglich gemacht, weil die kriegt so ein Board zu Best-Zeiten, hat man die für 2,50 Euro inklusive Versand direkt aus China bekommen. Das ist also echt erschwinglich und wir haben da halt irgendwie Software für geschrieben, unter anderem. Genau. Jetzt die Leute, die sich damit vielleicht ein bisschen auskennen, fragen sich jetzt vielleicht, ja, warum hatten die nicht Tasmuta oder ESP Home benutzt? Tasmuta gab es zu dem Zeitpunkt tatsächlich schon. Das war halt eher auf so andere Module von einem anderen Hersteller gedacht, gemünzt. Ich glaube, das läuft mittlerweile auf generischen Geräten. und ESP Home ist, glaube ich, ein neuer Auto. Ja, genau. Das Tasmuta ist ein bisschen neuer, als wir tatsächlich angefangen haben, aber auch später fanden wir das nicht so überzeugend im Vergleich zu dem, was wir zu dem Zeitpunkt davon hatten. Ja, Peripherie. Ja, genau, genau. Ja, also, genau. Das eine Ding seht ihr im Hintergrund, ich habe es auch gerade schon mal in die Kamera gehalten, das ist ein DHT22, das ist ein Sensor für Temperatur, Luftfeuchtigkeit. Die anderen beiden Artensensoren haben wir jetzt gerade nicht hier. Das ist etwas, die wir jetzt momentan für unsere Firmware unterstützen. Das ist irgendwie ein BMP 180. Der misst Temperatur und Luftdruck und der DS1820. Der misst nur Temperatur, weil der hat es halt so ein One-Wire-Ding. Das heißt, man braucht irgendwie einmal Strom, einmal Ground und eventuell Daten. Das kann man mit dem Strom mischen. Und das hat den Vorteil, man kann die halt irgendwie, ich will jetzt nicht sagen beliebig lang, aber man kann davon viele hintereinander machen und muss nicht irgendwie sternförmig Kabel verlegen, sondern kann das so. Das sind die Sensoren, die ich ursprünglich bei mir hatte, irgendwie mit dem Raspberry Pi. Und dann haben wir jetzt hier so ein Bild von so einem Bodenfeuchtigkeitssensor. Also es geht eigentlich um analoge Eingänge, aber da gibt es irgendwie eine lustige Geschichte zu, nämlich der Rikus, der hat irgendwie so allerlei Grünzeug-mäßig in der Wohnung und man wollte der auf einmal in Urlaub fahren. Und nachdem sich irgendwie herausgestellt hat, so eine automatische Bewässerungslösung zu bauen, war es irgendwie nicht so cool, hat er mich halt gefragt. Doch, das ist voll cool, aber das war irgendwie doch mehr Aufwand, als nur da so Sensoren in jeden Pott zu stecken und das dann ins Web-Unterface zu kippen. Also hieß es an, ey, sag mal Daniel, du kannst doch bei mir vorbeikommen, gieß mal die Pflanzen. Und ja, dann haben wir diese Dinger da irgendwie dran gedengelt, sodass ich nicht raten musste, ob ich jetzt gießen muss. Und das hat dann dafür gesorgt, dass ich nicht, keine Ahnung, alle zwei Tage nach den Pflanzen gucken musste, so ungefähr. Und zu guter Letzt ist eigentlich relativ offensichtlich, so ein Mikrocontroller hat irgendwie so digitale Pinne, so Eingänge und Ausgänge, da kann man irgendwie so Relais dran anschließen, Schalter dran anschließen, Taster dran anschließen. Gibt es irgendwie auch als fertige Module, kommen wir aber noch zu. Ja, jetzt kommen wir zum Stand heute. Also wir haben jetzt so ein bisschen über die Sachen, also die Sachen, die wir jetzt gerade am Peripherie-Event haben, die unterstützen wir natürlich auch heute noch. Wir hatten auch mal LED-Support, auch da kommen wir nochmal später zu für WS1820 LED-Strips. Aber was unterstützen wir denn heute in Home Control? Vornehmlich, das sind Module, die wir gerade für allerlei Schaltoperationen mögen. Also hier nochmal zum Beispiel ein Shelly Plug Assisters. Das ist eine europäische Firma, die auch also entsprechend mit europakompatiblen Produkthaftung und sowas arbeitet. Die haben dann aber auch Module wie das Shelly 1 oder Shelly 2.5. Das sind Module, die kann man unter den, in so eine Rohraumdose unter einem Schalter einbauen und dann kann man damit mit wirklich, ich weiß nicht, man muss zwei Kabel noch da reinstecken und dann kann man damit eine Lampe smart machen oder was auch immer Gerät man dahinter hat, ohne dass man so Sachen hat wie, ja, es gibt ja auch smarte Glühbirnen, die man dann da reinschrauben kann, einfach in die Fassung. Aber das hat dann das Problem, dass es irgendwie immer out of sync mit dem Schalter ist, weil der Schalter muss dann immer an sein und dann ist, wenn der Schalter aus ist, ist die Lampe aus und du lässt dich auch nicht per smart einschalten. Insofern ist das alles immer ein bisschen unpraktisch. Dieses Gerät einfach hinter die Steckdose, äh, Quatsch, hinter den Lichtschalter einbauen, entsprechend verdrahten, dann wird der Lichtschalter als Schaltinput benutzt mit 230 Volt auf dem Gerät. Und wie gesagt, volle EU-Produkthaftung, das ist ja nett. Shelly hat noch ein paar mehr Produkte, ein Produkt, worauf ich ganz gerne, ich wollte eigentlich jetzt die Werbung machen, aber ist halt so ein bisschen, das ist dann dieser Shelly Button, das ist einfach ein kleiner Knopf, den man drücken kann, der ist mit Wi-Fi ausgestattet, connectet sich dann zum Wi-Fi, blinkt irgendwie lustig, wenn man drauf drückt und damit kann man dann in unserem System Regeln zum Beispiel steuern. Auf der anderen Seite, die haben wir deutlich früher entdeckt, das sind Sonoff-Module, dafür ist vor allen Dingen dieses Tastmotor gedacht. Da unterstützen wir irgendwie Sonoff Basic, den Sonoff S20, das ist auch so ein Zwischenstecker, Sonoff Basic ist dieses Gerät, was ihr da auf der rechten Seite, das untere, das kleine seht. Nö, ist rechts. Hast du recht? Ja, in dir links. Genau. Und das ist dafür gedacht, dass man den Schalter von der Lampe ausbaut und dann irgendwie das dazwischen steckt. Also richtig in ein Kabel kommt das rein. Dann seht ihr im oberen Bereich der Fotografie den Sonoff Touch, das ist ein Lichtschalter, den man einfach als fertige Appliance einbauen kann, der ersetzt dann bei dem bestehenden Lichtschalter. Das habe ich im Wohnheim eine Zeit lang benutzt, das war aber irgendwie ein bisschen fummelig, weil dieser Touch-Sensor nicht besonders gut funktioniert. Da haben wir eigene Firmware für, bei den Shelly-Modulen benutzen wir die Stock-Firmware, können aber auch eigene Firmware drauf spielen. Die Stock-Firmware erfüllt aber alle Bedingungen, die wir vorhin genannt hatten, insofern ist das bequemer. Ja, und dann haben wir auch, das ist also ja auch nur eine Auswahl, Support für den Frischluft.Words CO2-Sensor. Das ist ein relativ neues Projekt, auch offene Hardware und offene Software. Der misst CO2, kann das in der Message-Cue kippen, zeigt das auf dem Display an, ursprünglich für Schulen gedacht. Hier sieht man eine dicke LED, die wird dann irgendwann rot, gelb oder rot, je nachdem wie das CO2-Level ist. Wir haben hier momentan 423 ppm, in einem Riesensaal. Genau, das ist auch sehr nett, da kann man zum Beispiel jetzt so im Homeoffice mal sehen, vielleicht sollte ich doch mal lüften, da steckt nämlich niemand von den KollegInnen mal die Nase ins Büro und sagt, oh, ihr müsst mal dringend lüften hier. Ja, wie funktioniert das Ganze denn jetzt? Naja, also Home-Control, brauchen natürlich als erstes, haben wir unser Backend. Das ist sozusagen die zentrale Stelle. Diese redet mit einer Datenbank und das wird benutzt, um sämtliche Knoten anzulegen und zu speichern, um Sensorwerte zu speichern, um Schaltzustände von irgendwelchen Modulen, die da in der Wand verbaut sind, zu speichern und abzurufen, um damit Interaktionen oder Regeln durchzuführen. Auf der anderen Seite haben wir das Web-Fondant. Da haben wir ein bisschen schon was gesagt, da kriegt ihr auch gleich nochmal ein Screenshot von und eine kleine Demo, also voraufgezeichnet. Und da seht ihr jetzt so Kacheln, da sind dann irgendwie Sensorwerte ausgegeben, man kann dann auch irgendwas ein- und ausschalten dran. Das redet mit dem Web-Socket, mit dem System-Backend und naja, wenn das dann irgendwas angeht, dann wird das so hübsch blau. Dann haben wir das Regelsystem. Das ist Teil des System-Backends, aber wir haben das jetzt mal separat dargestellt, weil das auch eine Komponente in dem System-Backend ist und die ist das Schicke, dass man da die Regeln in Python schreiben kann. Dann haben wir natürlich Things, jede Menge. Also zum Beispiel generische Module auf ESP82, 66 Basis oder vergleichbaren, irgendwelche schaltbaren Steckdosen, haben wir gerade schon gezeigt, Temperatursensoren, Lampen hatte ich auch schon gerade erwähnt und zu guter Letzt, also ich habe bei mir in der Wohnung so eine Empore im Dachgeschoss und da ist kein Fenster, da oben wird es schnellstickig, also habe ich mir dann zwei große Ventilatoren gekauft, die ich jetzt mit Regeln aus dem System, in dem Home-Control-System insgesamt, ein- und ausschalten kann, auch darauf basierend, wie die Temperaturunterschiede oben und unten sind, deswegen auch hier die Lüfter. Das Ganze kommuniziert mit MQTT, mit dem System-Backend und ein bisschen später kommen wir noch mal Details dazu. Hier nochmal die Gesamtübersicht und etwas schärfer, das Video war leider nicht so gut, aber ich habe da jetzt auch alles zu gesagt. Genau, wir haben ja jetzt vorhin schon mehrmals die eigene Firmware erwähnt. Ja, wir haben eine Firmware geschrieben für diese Module. Es wird die benutzt für die ESP-Module, die Arduino-Umgebung über dieses Platform-IO-Build-System. Das ist ganz schick, man kann die Sachen da irgendwie alle in so eine Datei reinsteigen und der kümmert sich darum, dass alles in der richtigen Version da ist und gebaut wird. Das ist weniger Fummelei als die klassische Arduino-Ide, die für Einsteiger bestimmt super ist, aber für komplizierte Projekte irgendwie schnell an Grenzen stößt. Genau. Diese Module, also wir hatten ein bisschen die Idee, wir wollen eigentlich nur eine Firmware pro Modultyp, also pro, weiß ich nicht, pro Hardware-Typ bauen und die dann über das Backend konfigurieren können, indem wir da irgendwo so JSON hinlegen und die sich das dann abholen, hat halt den Vorteil, ich muss nicht, wenn ich, keine Ahnung, mich jetzt entschließe, ich schließe in meiner Küche noch einen zweiten Temperatursensor dran, weil ich noch die Außentemperatur messen will und dann einmal so ein Kabel durchs Fenster lege. Muss ich nicht hingehen mit meinem Laptop in die Küche, anders Modul anstöpseln, neue Firmware konfigurieren, kompilieren, hochladen. Das macht insbesondere, wenn man neue Features implementiert, Sinn, dass man nicht irgendwie, ja, durch die ganze Wohnung rennen und überall Firmware updaten muss. Dazu passend auch direkt, wir haben uns halt entschlossen, wir wollen Over-the-Air-Updates machen können, gerade falls man jetzt auf so einem, auf so einem Gerät, genau, auf so einem Gerät, was jetzt irgendwie so ein Shelly, wenn das jetzt hinter meinem Lichtschalter im Büro ist und ich da jetzt Firmware updaten will, also ich wollte jetzt nicht erst Strom aus, Lichtschalter ausbauen, Kabel per Laptop an das Gerät anschließen, Upload testen, also Strom antesten, Strom wieder aus, alles wieder einbauen und, also, ne, das ist ein, ein furchtbarer Aufwand, den wollen wir nicht betreiben, also kann man halt direkt über WLAN die neue Firmware auf das Gerät pushen und, ja, genau und, ja, wir haben auch schon irgendwie diese MQTT, diese Message Queue, das ist irgendwie, heißt Message Queue für Telemetry Transport und das ist irgendwie eine Message Queue, die halt für, ja, Telemetrieübertragung optimiert ist, das heißt, auf insbesondere Ressourcen sparsam ist, nicht, besonders kompliziert zu implementieren ist, sodass es halt auch auf kleinen Geräten, die jetzt nicht mega mächtig sind, ja, dass man das da gut machen kann, integrieren kann, es gibt auch irgendwie nette Libraries von diversen Anbietern, Projekten, ja, deswegen, darüber kann man diese Module fernsteuern, also Licht aus, Licht an, den, also Dinge ein- und ausschalten, ja, und wir haben noch eine HTTP-Schnittstelle für die Diagnose, darüber kann man halt synchron zum Beispiel, die Message Queue ist halt mehr so asynchron, man tut einen Befehl rein und kriegt halt irgendwann eine Antwort und HTTP ist ja was mehr Synchrones, ich schicke was hin und habe halt eine aktive Verbindung und kriege dann darauf mein Ergebnis, darüber können wir zum Beispiel die Konfiguration auslesen, die auf dem Modul drauf ist und dem Modul sagen, ja, hier, start doch bitte mal neu, ist insbesondere wieder für die Module, die irgendwo an der Wand sind praktisch, weil sonst müsste ich irgendwie den Strom weg und wieder hin machen, damit das Modul rebootet und man sich eine neue Konfigurationsdatei einspielen kann und das Ganze ist in, ja, modularem, jetzt nicht im Sinne von modernen C++-Modulkonzepten, sondern Modul modular im Sinne von, von der Organisations- und, ja, Objektstruktur C++ entwickelt, das heißt, es gibt irgendwie so ein Framework, was ich gebaut habe, wo es dann für, ja, jeden Sensor, jeden Aktor und auch für Systemkomponenten so, ja, Komponenten gibt, die man irgendwie in so eine Liste eintragen kann, wo die sich registrieren können, das ermöglicht einerseits, dass man über diese JSON-Konfiguration Sachen, also diese Komponenten dynamisch auswählen kann, welche denn aktiv sind und mit welchen Details, da kommen wir gleich zu, aber auch zum Beispiel, dass wenn ich jetzt einen neuen Typ Sensor oder Aktor einbauen will, dann muss ich halt eine neue Datei anlegen, da irgendwie reinschreiben, wie das Ganze funktioniert und das irgendwo in so einer Liste registrieren, aber dann habe ich Ruhe und der Rest, den Rest macht das System von selber. Genau, so eine Konfiguration, die ist versioniert, damit man irgendwie einstellen kann, ja, das ist jetzt Version 5, da ist irgendwie, jetzt hier in dem Fall, so ein DHT22-Temperatursensor an Pin 5 angeschlossen, der soll einmal die Minute ausgelesen werden und immer Bescheid sagen, also auch wenn die Sache, die Temperatur und Luftfeuchtigkeit gleich geblieben sind und nicht zum Beispiel nur, wenn sie sich ändern. Genau, und dann haben wir hier noch einen Switch, das ist so eine, also ein Switch ist irgendwie so ein Relais mit lokalen Controls und irgendwie noch LEDs und Buttons, zum Beispiel für so einen Zwischenstecker. Sieht man jetzt, wir haben einen Relais an Pin 12, eine LED an Pin 13 und ja, der Button ist irgendwie noch an Pin 0 und wenn man das System einschaltet, soll das alles ausbleiben, wir brauchen keinen Pull-Up, weil der ist vielleicht schon da und die LED ist Active Low, Active High, das heißt, man muss die auch irgendwie nicht invertieren, es gibt halt irgendwie auf anderer Hardware verschiedene Kombinationen, die wir schon gesehen haben und ja, man muss einem im Code nichts anpassen, sondern kann das einfach reinschreiben, auf den Server kopieren, dann das vom Modul abrufen lassen, gucken, ob es passt und wenn nicht, tausche ich halt True gegen False und dann ist meine LED korrekt. Ja, das Backend, das ist ein semi-modernes Python, also wir haben das in Python 3.7, haben wir glaube ich, wir haben früher angefangen, aber 3.7 brauchen wir momentan, Python hat den Vorteil, das kann ich deutlich besser als C++ und das ist sehr flexibel mit vielem. Also, wir benutzen eine Async-IO, um alle diese Aufgaben, die wir vorhin beschrieben haben, asynchron ausführen zu können, und sehen wir ein paar mehr Sachen, die da drin sind. Im Wesentlichen, jede Aufgabe des System Backends ist asynchron. Ja, wie erwähnt, wir haben eine Datenbank, die binden wir via SQL Alchemy ORM an, wir benutzen Postgres und empfehlen das auch, das vermutlich funktioniert es auch mit MySQL, MariaDB und anderen, aber da würden wir jetzt keinen Support für geben. Wie schon erwähnt, MQTT, das läuft da auch in dieses Async-IO drin, dann Rules und Timer sind darin implementiert, erzähle ich gleich noch ein bisschen was zu. Und selbstverständlich der Web-Socket für die Integration mit dem Web-Interface. Und, naja, weil Grafana doch echt so eine hüttliche Sache ist, dass man irgendwie mal ganz schnell so Plots von irgendwelchen Temperatur oder Zeitreihen haben kann, haben wir dann auch einen Grafana-Adapter gebaut. Ja, die Grafana-Anbindung könnte man auch machen über, einfach, dass man das Datenbank-Schema entsprechend macht, und Grafana liest das aus der Datenbank aus. Wir hatten aber schon so ein Datenbank-Schema, mit dem wir eigentlich ziemlich glücklich waren. Das, was Grafana vorschlug, gefiel uns gar nicht mal so gut. Also haben wir dann das via JSON-API angebunden und haben dann Metriken pro Thing und Typ. Im Hintergrund seht ihr das schon, ich mache das mal scharf. Das ist jetzt bei Daniel zu Hause. Aktuelle Werte von vorgestern. Ja, gestern Nachmittag. Gestern Nachmittag. Also sieht sehr deutlich, Daniel war nicht zu Hause, der war nämlich hier in der Hochschule. Deswegen sieht der Temperaturverlauf im Wesentlichen sonnengesteuert aus. Unten im Bild sieht man da nochmal alle Temperatur-Sensoren, die da sind. Genau. Das ist auch relativ einfach, das zusammenzuklicken. Rules. Ja, ein sicherlich zentraler Punkt unseres Home-Controls ist das Rule-System, was man im Passung schreiben kann. Jede Regel ist einfach eine Funktion, die mit Add Rule dazu gemacht, also damit wird deklariert, dass es eine Regel ist. Und die brauchen einen Namen und die brauchen, das seht ihr hier irgendwie, Thing-Switch, Name-My-Switch. Damit wird also ein Trigger auf eine Änderung von diesem Switch, damit wird dann die Regel ausgeführt. Ja, dann wollen wir vielleicht irgendwas steuern. Also meine Überlegung war so ein bisschen, ich habe irgendwie, was weiß ich, diesen Button, den ich hier vorhin schon mal in der Hand hatte, der liegt irgendwie an der Komfortablenz. Stelle, was weiß ich, auf dem Wohnzimmertisch. Wenn ich da drauf drücke, dann möchte ich doch bitte, dass da hinten die Lampe angeht. Da muss ich da nicht immer hinlaufen. Also möchte ich irgendwie jetzt diese Lampe aus der Datenbank holen. Und wenn der Switch seinen Status entsprechend geändert hat, dann schalte ich die Lampe an beziehungsweise aus. Naja, soweit zu regeln. Aber eigentlich wäre das ja auch ganz nett, wenn wir sowas zeitgesteuert machen könnten. In dem Fall müssen wir einfach eine Regel mit dem Timer-Attribut ausstatten. Und diese ist dann in der Lage, zeitgesteuert aufgerufen zu werden. Also dieser Timer kann jetzt einfach diese Lampe ausstellen. Um einen Timer insgesamt benutzen zu können, muss dieser irgendwo hinzugefügt werden im System. Und das geht halt mit dieser AddTimer-Funktion. In diesem Fall Chrome gesteuert, zum Beispiel jetzt hier um 22.30 Uhr, jeden Montag bis Freitag, weil das sollte mir vielleicht ins Bett gehen. Und dann wird halt diese Lampe automatisch ausgeschaltet. Wir können außerdem statt dem Chrono-Type, können wir einfach an einem bestimmten Zeitpunkt Add, was weiß ich, morgen 15.30 Uhr soll die Lampe ausgehen. Irgendwas anderes passieren, die Kaffeemaschine angehen, ich weiß es nicht. Und aber auch Intervalle, was weiß ich, das würde vielleicht auch Sinn ergeben für, weiß ich nicht. Gibt auch bestimmt einen guten Anwendungsgrund, und dass das alle 15 Minuten an Luft ausgeht. Was ist das für deine Lüfter? Ach genau, meine Lüfter, die gehen alle 15 Minuten mal an, um oben frische Luft zu kriegen. Unabhängig von der Temperatursteuerung. Ja. Genau, jetzt sieht man hier dieses Frontend. Ist jetzt hier so ein bisschen montiert. Man sieht hier, dass diese Küchenlampe irgendwie ständig an- und ausgeht. Kleines Video, was wir gemacht haben, was einfach im Hintergrund als Loop läuft. So sieht das irgendwie aus. Man sieht halt irgendwie, dass es da so Geräte gibt. Genau, die an und ausgehen. Man sieht Werte von Sensoren. Oben sieht man vielleicht noch so ein bisschen, dass man irgendwie verbunden ist und mit der Wolke oben rechts. Und man kann irgendwie so Ansichten machen. Also irgendwie alles, was in dem Büro ist, alles, was in der Küche ist, alles, was im Wohnzimmer ist. Und das Ganze ist, ja, Vanilla.js. Also irgendwie klar, wir hätten das jetzt mit React, Voo oder irgendwas machen können. Wir haben aber gesagt, nee, machen wir irgendwie nicht. Ist kompliziert, wollen wir nicht, wie auch immer. Ja, keine Ahnung. Ich persönlich bin jetzt auch nicht der Riesen-Fan von irgendwie Node.js, NPM-basierten Bildsystemen und 300 Megabyte Node-Modules. Und ja, deswegen ist es irgendwie reines, ja, modernes Vanilla.js. Sind irgendwie keine 1000, keine 2000 Zeilen Code für das Ding. Ja, und das kann im Wesentlichen so Things anlegen. Also ich muss jetzt nicht irgendwie die Datenbank, das war eine älteren Revision, um Datenbankschel insert into Things, gedöns, gedöns, gedöns. Da hat man keinen Bock mehr drauf und bearbeiten war auch schwierig. Also kann man dann irgendwie, kann man irgendwie in so einen Edit-Mode gehen. Das sieht man jetzt hier nicht und ein neues Thing anlegen. Dann kann man irgendwie einen Name-Typ, was weiß ich, Eigenschaften, wie sowas hat. Und man kann halt auch so Regeln ausschalten. Das heißt, wenn der Rikos jetzt zum Beispiel in der Videokonferenz ist, kann er vielleicht mal seinen Lüfter ausmachen, dass er da nicht irgendwie mittendrin rauschend frei Haus kriegt. Genau. Ja, wir nähern uns dem Ende des Vortrags. Wir haben angefangen 2015. Da mit irgendwie auf Breadboards, das irgendwie in der Küche, im Schlafzimmer. Also ich hatte auch diese LEDs, die wir bei Daniel in dem Schlafzimmer gesehen hatten, in dem Raumteiler. Hatte ich auch als Schreibtischbeleuchtung dann verwendet. Die Geschichte mit der Kaffeemaschine hatte ich schon erzählt. Das waren so die Anfänge. Und was wir am Anfang im Wesentlichen hatten, war immer nur diese Steuerung mit, was das ist, wir haben ein Web-Interface, können Sachen ein- und ausschalten, können Sensorwerte sehen. Was uns immer fehlte war, ein Backend, was nicht mit in dieses Frontend rein integriert ist und vor allen Dingen das Regelsystem. Und Daniel, suchst du dann so 2017, war das nach einer Masterarbeit? Und Profs irgendwie, ja, können sie dieses machen, dieses machen oder jenes machen? Ich habe dann in diesem Termin irgendwie so, fragte mich halt, was ich eigentlich so mache. Und ja, ich habe dann irgendwie so ein bisschen erzählt von diesem IoT-Gedöns und überhaupt. Und der entsprechende Professor macht halt auch irgendwie da in dem Bereich Dinge. Und ging mehr aus dem Aspekt, ich glaube, Serverless oder irgendwas. Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Also auf jeden Fall war der halt, ich erzählte halt vor diesem Eigenbau-IoT-Ding und das fand der irgendwie interessant. Und ja, dann ist irgendwie die Entwicklung mit Implementierung von so einem Regelsystem, in dem Fall dann mit in C++ implementiert und einer gesendboxen Skript-Sprache. Das war dann irgendwie so meine Masterarbeit, das alles ja zu konzeptionieren, zu prüfen, zu gucken, welche Sachen man denn eigentlich für so ein System braucht, wie man die das gestalten kann. Und ja, das war eigentlich ganz cool. Haben wir auch ein bisschen ausprobiert, aber eigentlich, davon existieren jetzt aktuell eigentlich nur noch die Konzepte, weil die haben sich bewährt. Die Implementierung selber war halt so akademischer Code für so eine Abschlussarbeit, war dafür gut, für den praktischen Einsatz hinterher so für uns festgestellt. Ist doch nicht ganz das Richtige. Ja, das kompilierte irgendwie zehn Minuten auf dem Raspberry Pi, das war auch nicht so geil. Also insgesamt, also haben wir zügig dann ersetzt durch das System-Backend, worauf ich gerade schon gesprochen habe. Ja, Entwicklung haben wir natürlich immer mal zwischendurch, immer wenn irgendjemand eine Idee hatte, das bräuchten wir mal, dann gemacht. Aber häufig haben wir uns dann so, was weiß ich, in der ersten Januarwoche getroffen und dann da so einen Entwicklungsschub gemacht und da dann irgendwie insbesondere so neue Komponenten gebaut. Und dann kam letzten März, April Corona. Normalerweise haben wir uns halt regelmäßig, was weiß ich, mal so getroffen, da mal getroffen und überhaupt, aber dann haben wir irgendwie gedacht, naja, sollten wir vielleicht jetzt gar nicht so viel machen, aber lass uns doch irgendwie die Sonntage nutzen, dann können wir ein bisschen in den Home-Control rumhaken. Oh, Kaffee virtuell trinken und dann dabei ein bisschen kaufen. Und ja, irgendwie, dann ging das so weiter und dann haben wir mal dieses gemacht und jenes gemacht. Zum Beispiel ist das Web-Interface da entstanden und dann ein Prototyp machen wir für diese Architekturzone, aber das war alles noch nicht so cool. Das haben wir dann fertig gemacht und auch so hübsch gemacht, wie es heute ist. Und ja, dann haben wir das irgendwie folgende gezeichnet, die meinten, hey, aber wann kann ich das denn installieren? Wollt ihr das nicht mal revisen? Ja, wir können euch hier den Code geben. Nee, aber macht das doch mal so. Also wir installieren das erst, wenn ihr das veröffentlicht habt. Dann haben wir so ein bisschen Zugzwang und haben irgendwie gedacht, eigentlich wäre es ja auch ganz cool, wenn wir das nur vorstellen könnten. Dann bot sich irgendwie an, ja, Frostcom, 20.21, 21.22, 22. August. Und dann haben wir da mal richtig Arbeit reingesteckt, dann plötzlich jeden Sonntag auf dem Start von, was weiß ich, halb drei bis vier war es dann, halb drei bis fünf, halb drei bis sechs, auch mal bis sieben oder acht, insbesondere vor dem Release. Aber so haben wir dann, ja, Mitte Juli die ersten Komponenten released. Die letzten Sachen haben wir, glaube ich, Anfang August released. Das findet sich alles bei GitHub, Link, Cyber am Ende. Ja, zum Fazit. Wir haben ein wirklich schlankes System gebaut und das hat eine geringe Einarbeitungszeit. Also wenn man da selber mitentwickeln will, ist das sehr praktisch. Also wir haben irgendwie 2.100 Zeilen Code für die Firmware. Das ist wahrscheinlich noch das komplizierteste. 1.600 Zeilen System Backend und 700 Zeilen fürs Frontend. Alles relativ gut strukturiert. Sicherlich, da lässt sich noch vieles optimieren. Wir haben auch noch ein paar Baustellen beim Release und beim Dokuschreiben identifiziert, die wir jetzt auch sicherlich dann, vielleicht jetzt nicht nächste Woche, aber die wir in den nächsten Monat, vielleicht auch Ende des Jahres da mal angehen, um die letzten Sachen, die irgendwie nicht so schön gelöst sind, zu verheben. Und hier ist gerade was abgestürzt. Ja, dadurch ist das Ganze, also schlank ist es auch im Vergleich zu anderen Systemen, die dann irgendwie, ich weiß nicht, Dröf-Protokolle implementieren, was weiß ich, die können dann SIGBI, die können irgendwelches Custom-Wifle, die können MQTT, die können Zero-MQ, die können dieses, jenes und überhaupt. Wir haben uns darauf eingeschränkt, wir sagen, wir machen MQTT zur Kommunikation mit Things und nichts anderes. Das Schöne ist, MQTT ist so leicht zu bauen, dass man im Zweifelsfall auch einen Python-Adapter, der irgendwo daneben liegt, unabhängig von Home-Control bauen kann, der das Ganze dann, dein SIGBI gedönnt oder was auch immer, damit dann bridget. Dadurch ist auch das Web-Interface sehr einfach, weil man nicht irgendwie alles und jedes konfigurieren kann. Man kann halt genau das, was wir implementiert haben. Und das ist unserer Meinung nach vollständig. Sicherlich würde jetzt der andere von euch sagen, könntet ihr noch jenes oder jenes haben? Klar, könnten wir, würden wir vielleicht auch implementieren, wenn wir entweder Hardware-Spenden kriegen oder sehen, dass das cool ist. Aber das andere ist, das könnt ihr auch selber implementieren. Insbesondere andere Message-Queue-Formate zu implementieren, das ist wahrscheinlich ein Akt von einem... Geht wahrscheinlich an dem Nachmittag. Zwei, drei Stunden ist das implementiert und an dem Nachmittag hat man sich aber auch irgendwie in das entsprechende Gedulds eingelesen, dadurch, dass es verhältnismäßig übersichtlich ist, was die Zeilencode angeht. Dann, also was ich als ganz klaren Vorteil sehe, in vielen dieser Software sind die Regeln irgendwie so klicky-bunty, machst du da einen Pfeil hin, machst du da einen Pfeil hin, machst du irgendwie so ein Sternchen dran, was weiß ich, klickst da noch mal dahin, klickst da noch mal dahin und dann musst du das irgendwie verbinden. Dann musst du irgendwie vordefinierte Funktionen machen, was weiß ich, switch on, switch off, mehr geht dann auch wieder nicht. Wir können das alles so ein Pfeil machen. Klar, da gibt es viele Nachteile mit, aber wir sehen das als großen Vorteil. Wir können das implementieren, was wir haben wollen. Dadurch sind die Regeln auch versionierbar im Gips, weil das einfach so ein Pfeil-feiliges ist. Genau, und wenn man jetzt hingehen will und sagt, ja, ich will aber, dass, wenn ich den Lichtschalter anmache, dass da stick per Request irgendeine Webseite abruft, weil das triggert was, ja, dann kann ich das halt machen. Genau. Ja, und dadurch erspart man sich auch endloses Rumklingen. Also ich habe vor einiger Zeit mal Home Assistant ausprobieren wollen. Nach dem Motto, boah, waren wir in so einer Phase, wo wir dachten, boah, nee, jetzt also eigentlich standen wir wie die, wie, was ist das? Na, einfach mal. So ein Berg von dem, was man alles machen müsste, damit das cool wird, das System. Und dann habe ich gedacht, na gut, ich habe davon gelesen, von diesem Home Assistant, habe das angefangen aufzusetzen, den Nachmittag nur damit zugebracht, das zu installieren. Und dann hatte ich noch kein einziges Ding da drin, alles irgendwie nicht so cool. Und das... Für unseren Use Case. Genau, für unseren Use Case. Natürlich. Jeder, es steht jedem von euch frei, natürlich zu sagen, ey, Home Assistant ist cool, benutzen wir, aber das sind unsere Selling Points sozusagen. Das ist, was wir können mit unserem System. Und das macht es für uns sehr attraktiv. Ja, was haben wir noch vor? WLED-Support. Ich hatte irgendwann eingangs mal erwähnt, ja, wir hatten diesen Support für LEDs. Seht ihr vielleicht auch? Ich weiß nicht, wie gut man das sehen kann. Also, das ist ja auch dieses Bannern hier. Wir haben ja so LEDs, das ist das, was gerade irgendwie abgestürzt ist. Und... Gucken wir mal, ob ich das wieder hier hochkriege. Das läuft jetzt auch mit WLED. Das ist also eine Firmware für ESP-Module. 32, ESP-8266 und vergleichbare, um so WS-18-B20, WS-18-20 LED-Strips oder Neo-Pixel, wie sie auch heißen, zu steuern. Und da haben wir gesagt, das bringt ja überhaupt nichts, das können wir nicht so gut wie die, das lassen wir die machen. Dann integrieren wir lieber deren Schnittstellen bei uns. Da müssen wir... Die sprechen halt auch MQTT, wenn man will. Und das war so der Punkt. Ja, dann, ich meine, ich habe dieses, oder wir haben dieses Ding jetzt schon häufiger hochgehalten, aber so sieht es natürlich bei uns in den Zimmern jeweils aus. Ja, also in jedem Zimmer im Wesentlichen hängt jetzt so ein Modul, ein Deathboard mit irgendwie so Jumper-Wiren und dann hängt da Baume dann auch irgendwie so ein ESP-Cutche, DRT-22 oder vergleichbare, das ist alles nicht so cool. Das ist etwas, da sind wir schon lange hinterher, mal zu sagen, hey, lass uns doch mal von diesen Deathboards wegkommen und irgendwie eine gescheite eigene Balls zu haben, Hardware zu haben, wo wir dann, was weiß ich, spezielle Footprints haben, wo wir einfach nur diese Sensoren anschließen können, was weiß ich, in irgendwelche Busse rausgeführt und GPIO und das dann aber relativ in einem kleinen Footprint. Mit irgendeinem beschicken Gehäuse. Genau. Letzteres müsste man vielleicht 3D drucken oder sowas, aber das ist alles in Ordnung. Dann hätte vielleicht aus verschiedenen Vorträgen, was weiß ich jetzt noch im C3, gibt es irgendwie Staubsauger von Xiaomi Roborock, Staubsaugerroboter, die inzwischen eine freie Firmware haben und Valetudo heißt diese Firmware und die hat dann auch irgendwie smarte Controls und die hat auch wiederum MQTT-Support. Das wäre auch sowas, was wir gerne integrieren würden, auch das haben wir mal ausprobiert, das wird nur noch nicht fertig. Da kann man halt von Hand hingehen, in unserem Fall, wir benutzen ein Moskito, gibt es ein Moskito-Pub, dann kann man von Hand einen Befehl da hinschicken und dann kann ich ja Moskito-Pub an das Topic da und ich hätte gerne Clean-Rooms, Wohnzimmer, Küche, Schlafzimmer und dann macht der Saugwort sein Ding. Aber eigentlich wäre es ja viel praktischer, wenn ich da eine Schaltfläche hätte, machen wir das sauber und dann macht er das. Ich lege es auch hier. Genau. Zu guter Letzt, naja, also ich saß da neulich irgendwie am Esstisch, habe an irgendwas rumgebastelt, stellte fest, ich brauche mehr Licht und hatte irgendwie was Schmieriges an den Händen, Handschuhe an und ich weiß nicht was, irgendeinen fiesen Klebstoff. Ich dachte, es wäre jetzt wirklich praktisch, hier zu sagen, hey, Home-Control, mach doch mal das Licht an, sinngemäß. Haben wir auch mal mit ausprobiert, mit verschiedenen Systemen, was hast du da genommen? Es gibt irgendwie ein Voice-to-Json, das ist eigentlich ziemlich cool. Da könnte man halt auch wieder so Message-to-Adapter für bauen, dass das entsprechende Befehle generiert. MyCraft hieß das, glaube ich, ne? MyCraft war das Wake-Word-Ding. Genau. Also das haben wir dann benutzt, um auszuprobieren, aber das wäre natürlich was, was man da noch integrieren könnte. Sicherlich eine größere Herausforderung an der Stelle, weil man dafür Hardware braucht, die also Mikrofone, Mikrofon-Arrays in den richtigen Räumen, in allen Räumen im Zweifelsfall, um das Ganze zu machen. Das soll natürlich auch wieder offline sein, ohne Cloud. Möglichst aber auch wieder mit dem Gesamten, also im Idealfall soll, was weiß ich, das Sprachsample nur an den, an das System-Backend geschickt werden, vielleicht ein bisschen einfacher, man dekodiert das schon auf dem Gerät, da sind noch viele Design-Entscheidungen zu treffen. Aber das sind so unsere Pläne, die wir vielleicht mit dem Ganzen noch haben. Das eine ist vielleicht realistischer als das andere und in Bord sitzen wir eigentlich auch schon seit 2015 immer mal wieder und sind dann hier auf den grünen Zweig gekommen. Aber vielleicht ist dieser Vortrag ja dann doch die Innovation doch mal zu machen. Damit kommen wir zum Ende. Ihr findet unseren Code auf GitHub als IoT unter der Gruppe IoT Home Control, drei Repositories. Und hier sind nochmal Frontend-Backend und Firmware. Genau. Und hier findet ihr nochmal unsere Mail-Adresse und wenn ihr Fragen auch nach dem Vortrag habt, könnt ihr euch gerne bei uns melden und nochmal unseren Namen mit Vor- und Zunahmen. In diesem Fall vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und wir sind jetzt froh, irgendwelche Fragen von euch zu hören. Ja, dann vielen Dank für euren Vortrag und dann gucken wir mal, wer Fragen hat, der kann gerne einmal die Konferenz joinen und dann Fragen im Chat stellen. Ja, Herr Tauber, willst du vorlesen oder machen wir einfach? Genau. Eine Frage, wie läuft die Stromversorgung der ESPs ab? Ja, also dieses Modul, das ist eines der fertigen Module, das hat eine Batterie eingebaut und einen kleinen Akku eingebaut. Das ist ein Luxus, den wir normalerweise nicht haben. Wenn wir uns diese Module angucken, die haben hier vorne eine Micro-USB-Buchse. Im Regelfall haben wir eine nahe Steckdose oder ein langes Verlängerungskabel und ein USB-Netzteil da dran. Das ein oder andere Modul, also zum Beispiel auch dieses, ist auch ein fertiges in diesem Fall jetzt, aber auch ein Modul, was ich zu Hause habe, da haben wir einfach, oder mehrere von denen haben einfach eine Rohlbuchse, da ist ein separates Netzteil dran. Das ist sicherlich auch was, was man noch machen könnte, die Battery Support verbessern, also dass das Ganze ein bisschen mehr Energie spart, damit es auch länger an der Batterie hält. Genau, und ich meine, die Module hier sind auch wieder fertige Produkte, weil wir selber wollen eigentlich gar nicht so gerne. die haben natürlich, sind natürlich direkt an der Steckdose, in der Steckdose, hinter dem Lichtschalter und haben dann offensichtlich Strom, aber ja. Ja, auch mit 230 Volt im Heimbereich, wenn das kein fertiges Produkt zu arbeiten ist, nicht immer so ganz das Coole. Insofern, da setzen wir gerne fertige Produkte, die dann auch entsprechend die Haftung haben. Ja, und die von irgendjemandem ordentlich besser getestet wurden als Works for me. Mhm. Ja, da tippen Menschen. Ja, genau, und dann kommt eine weitere Frage, wie ist die Sicherheit gegen Angreifer? Das war schon bei A über WLAN. Das Ganze ist mit einem Passwort. Also das, was der Heiterer, glaube ich, gerade übersehen hat, es geht um Over-WR-Update. Nutzung ist wieder abgeschossen. Naja, wir lassen das jetzt mal so, das Nutzungsverstechnung nochmal komplett abstürzen. Egal. Sicherheit gegen Angreifer. Ja, das OTA, wir benutzen eigentlich aus dem ESP-SDK von Arduino die Update-Update-Funktion. Die sah jetzt so ganz gut aus. Wir müssten da vielleicht mal noch irgendwie, ich glaube, Signaturen waren da. Signaturen hat es nicht direkt. Was es hat, ist, also es hat auf jeden Fall eine Passwort-Überprüfung und es werden irgendwie, ich glaube, mit dem Passwort verschlüsselte Hashes oder sowas ausgetauscht. Das ist jetzt nicht super Hightech. Ich habe auch mal angefangen, was selber zu bauen dafür, das dann halt mit einer mit digitalen Signaturen arbeitet, mit irgendwie Libsodium, das ist so eine Kryptobibliothek, was dann halt letztendlich eine signierte Hash-Kette, also man könnte von Blockchain reden, wenn man will, aber weil halt in jedem Block der Hash vom vorherigen Block ist und dann hat man halt eine lange Kette, die einmal signiert wird, sodass man halt auch, das hat halt auch den Vorteil, man schließt Übertragungsfehler aus. Genau, bei den fertigen Modulen, also jetzt den Shady-Modulen, da haben wir die Stockfirmen bei des Herstellers, auch wenn wir unsere eigene Firma benutzen können, aber die war, wie gesagt, die konnte ein bisschen mehr, die haben selber Firmware-Updates, die dann aus der Cloud kommen, die muss man aber manuell installieren, also so einen Knopf drücken und dann zieht er die runter, da weiß ich nicht, wie das funktioniert. Also HTTPS machen sie, aber ob die jetzt darüber hinaus noch signierte Dinge tun, wissen wir nicht. Genau. Ist sicherlich ein Punkt, der sich noch verbessern ließ. Und ist halt immerhin passwortgeschützt. Genau. Ich hoffe, das war eine zufriedenstellende Antwort. Ja, das war so. Ich glaube, da tippt noch einer. Das ist irgendwie oldschool. Ja, aber funktionieren. Ist einfach. Ja, haben noch mehr Leute Fragen? Ja, dann habe ich vielleicht noch mal eine Frage, wie sieht das denn bei euch mit HTTPS, also mit Verschlüsselung aus MQTTS oder solchen Sachen? Das ist noch ein großes Ticket. Muss man ganz ehrlich sagen. Haben wir eine offene Issue für? Genau. Und das andere ist, das läuft alles im lokalen LAN, also zumindest derzeit. Wir haben, also das Frontend haben wir abgesichert. Das ist auch ins offene Internet freigeschaltet bei uns oder zumindest bei mir. Da gibt es eine Passwort, was weiß ich, Username, Passwort-Authentifizierung und man da einigermaßen sinnvolle Passworte verwendet, ist das hinreichend sicher. Und wir haben da, was auch immer, haben dann eine Standard-Python-Bibliothek genommen und das entsprechend implementiert, wie das vorschlagen. Da benutzen wir irgendwelche signierten Tokens. Genau. Das ist also state of the art, wie man das macht, HTTPS an der Stelle natürlich. Und, aber MQ-TTS und auch, was weiß ich, HTTPS auf dem Gerät für die, für die Debug-Schnittstellen, die wir haben, haben wir einfach noch nicht implementiert. Da muss man auch dazu sagen, dass die SDK-Version, die wir verwendet haben, bis vor kurzem, das nur leitlich unterstützte, die neue kann das, aber wir wollten andere Dinge vorher gerade ziehen. Ja, außerdem wollten wir jetzt nicht, ja, wir machen zwar ein SDK-Update, wir bauen jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, einen Monat vor dem Release und Vortrag und alles, holen wir einfach den großen Flug raus, bauen alles um und hinterher geht es wieder nicht mehr. Nee, genau. Aber wie gesagt, wir haben da noch ein paar offene Issues, die wir auch gerne noch setzen wollen. Ja, ja, Sicherheit und IoT, das ist immer so eine Sache, aber wir haben also schon darauf geachtet, dass es zumindest so sicher ist, wie es machbar ist, dadurch, dass es vor allen Dingen im lokalen WLAN ist, was stark ist. Was halt der eine Punkt noch ist, ist, ja, klar, also wenn jetzt der, wenn jetzt ein Angreifer die unverschlüsselte Kommunikation von dem Gerät in meinem LAN zur Message Queue in meinem LAN manipulieren kann, dann ist der in meinem LAN, dann habe ich irgendwie Probleme. Vermutlich ist der dann nämlich auch in meiner Wohnung und dann ist es auch egal, ob er die Kaffeemaschine einschalten kann, also ob er das über einen Knopf machen kann, der da irgendwo liegt oder ob der zu dem Gerät geht, den Zwischenstecker raus, zieht die Steckdose und den Stecker direkt in die Steckdose. Das ist ja der Punkt, die Geräte selber machen halt, also die fertigen schon für ein Firmware-Update, aber die restlichen Module reden halt einfach genau nicht mit dem Internet und dementsprechend ist das halt so, ist da der Angriffs-Spektor. Also das ist schon ein bisschen schwierig, klar, lokales WLAN und so, aber wie gesagt, dann habe ich eigentlich, glaube ich, andere Probleme, immer wenn der mein WLAN irgendwie betüdelt. Also die Kommunikation zur Message-Queue ist das. Also mein typischer Angriffs-Vektor für Software wäre tatsächlich dann das lokale Android oder iOS-Smartphone, die dann irgendwie, wie soll man so, mitschneiden, dann Licht an, dann Licht aus, solche Sachen. Ja, aber das ist ja verschlüsselt, das geht ja per HTTPS raus. Und man kommt halt auch nicht ohne Zugangsdaten auf die Message-Queue. Die auch nicht ins Internet freigegeben ist wieder. Also ich denke, wir haben uns deutlich mehr Gedanken über Sicherheit gemacht als andere IoT, ich sag mal, Hersteller. Zumindest von dem, was man in den Medien liest, könnte das sein, ja. Aber auch da ist eine Verbesserungspotenzial. Ja, genau. Ja, dann weiß ich nicht, ob Quacks gerade noch eine Frage schreiben möchte. Ansonsten sind, glaube ich, fast alle Fragen durch. Genau, die Frage ist, was für Hardware nehmt ihr Playboards? Ja, im Wesentlichen nehmen wir für alles, was mit Relais zu tun hat. Das glaube ich, ich glaube Relais im Sinne von, wenn das jetzt ein Relais ist, was nicht, keine Ahnung, Kleinspannung schaltet. Genau, aber also an der Stelle wirklich, eigentlich haben wir den Use Case nicht, dass wir Kleinspannung schalten, sondern 230 Volt. Dann nehmen wir, also wir bevorzugen inzwischen diese Module von Shelly, einfach wegen der Produkthaftung. Ah, zum Beispiel im Schaltschrank für Hutschiene. Ja, das ist ein Use Case, den wir nicht haben, weil irgendwie Mietswohnungen und, also bei mir ist ja Sicherungskast im Flur, ich wollte da jetzt irgendwie nicht dran rumtüdeln und ich habe auch irgendwie Nachbarn und so und hinter, keine Ahnung, da ist komisches Zeug im Schaltschrank und der Vermieter und ahhh. Genau. Also da gibt es bestimmt Dinge, ich habe gesehen, ich glaube auch von Shelly gibt es da was. Also die haben irgendwie Power Monitoring und auch irgendwie Schaltschrank, Schaltschrank, Relais, Boards, also es gibt Hardware dafür. Genau. Da haben wir jetzt nicht konkret was. Also vor allen Dingen Mietwohnungen ist da, fällt da ziemlich schnell flach. Aber wenn du da ein Produkt hast, was cool ist, schreib das gerne in den Chat, können wir uns gerne mal angucken. Oder machen ich hier auch. Genau, da kam auch die Ergänzung zur Impfschrank bei Rutschiene, da habt ihr, glaube ich, auch schon mal an. Es ist zwar klein, aber wir können es trotzdem lesen. Ja, genau. Das war auch unser Fazit. Auch diese Module sind nicht ganz billig, das ist also 20 Euro irgendwie für so einen Zwischenstecker. Da kann man sicherlich günstigere China-Module kaufen, aber irgendwie ist mir die Sicherheit, was weiß ich, in Sachen von Brandschutz oder sowas, an der Faschistätte zu sparen. Niemand selber gelötet als China. Ja. Also die DevBots sind natürlich auch irgendwie feinste China-Produkte, klar, aber ich meine, die laufen auf 5 oder 12 Volt, je nachdem. Also ich nehme an, also ich weiß es nicht, die Dinger werden relativ sicher auch in China produziert, aber wie gesagt, die Firma sitzt in Rumänien? Irgendwie. Ja, die sitzt auf jeden Fall in der EU mit allem, was halt für so EU-Produktzulassungen, es gibt auch andere europäische Firmen, wir haben halt die gefunden und was gerade für diese Module cool ist, die haben halt irgendwie noch so extra Garantie für OII. Alle, da kann man, a little silly. Genau, also, genau, wenn man da, also für die ist es vor allen Dingen interessant, was man da irgendwie in seine Steckdose, was weiß ich, in die Hoherraumdose und der Wand einbaut, dass die dafür haften, wenn du da, was weiß ich, in den Kursschuss baust oder so. Also nicht, wenn du da mit dem Haus abfackelst, aber, wenn du jetzt, wenn du dein Modul falsch anschließt und du diese extra Garantie hast, kriegst du halt ein neues, alles dabei kaputt gegangen ist natürlich. Aber wir wollten gar nicht so viel Werbung machen dafür. Ja, das Volkszähler. Das ist, ja, der Quacks postet gerade links zu Volkszähler.org, da geht es darum, irgendwie Stromzähler, also diese elektronischen Messstellen, wie sie glaube ich heißen, auszulesen. Das ist was, da habe ich Interesse dran. Ich habe so was. Ich habe mir das auch mal angeguckt. Ich habe auch irgendwo einen Tab mit den entsprechenden Infrarot-LEDs offen, für wo ich mir die klicken könnte. Das ist noch nicht passiert, will ich aber irgendwann mal tun. Also, kein konkreter, aber vorhandene Pläne. Genau, die haben auch ein Beispiel, wie man da, diese klassischen Ferraris-Zähler digital oder smart machen kann, digital auslesen kann. Da ist bei mir das Problem, ich habe so einen Zähler, der ist aber im Keller, das sind fünf Stockwerke. Bis da unten reicht mein Wi-Fi nicht und da müsste man dann halt andere Technologien, andere Flugstandards benutzen, weil auch ein Kabel darunter ziehen, ist irgendwie nicht so geil. Sagen wir das mal so. Ja, und irgendwie die Lora-Warn zur MQTT-Bridge, die haben wir noch nicht, oder? Genau. Ja, gern geschehen. Ja, ansonsten, wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr uns gerne per E-Mail kontaktieren, ein Issue aufmachen, freuen wir uns drüber. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.